Herzlich willkommen. Danke an Martin und Nick für diese Möglichkeit, hier vorzukommen. Mein Name ist Gabor Lohmann. Ich stelle mir kurz nachher vor. Erstmal möchte ich ein bisschen über die Themen, die ich heute Abend darüber reden werde. Erst reden wir über die Farben und deren Bedeutung, Trend aktuell und wo ich meine Inspiration hole. Dann mache ich ein konkretes Beispiel mit John Dorbar, kurz mit seinem Logo, Farben und Webdesign, die ich nicht gemacht habe. Ich habe es nur als Layout gemacht, aber realisiert hat es jemand anderen. Und zum Schluss werde ich ein bisschen über die Layouts sprechen, beziehungsweise die Themes, auf welche Kriterien ich aussuche. Und mein Lieblings-Team, Bibi, werde ich auch ein bisschen zeigen, was er alles kann. Wie gesagt, mein Name ist Gabor Lohmann. Ich bin Grafikerin und Webdesignerin. Ich komme aus dem Wallis und ja, Französisch sprach ich. Ich habe in Primo studiert und dann bin ich nach Zürich gekommen, weil ich mit Mann kennengelernt habe. Bin ich ursprünglich Lehrerin und habe mich neu orientiert nach meinen zwei Kindern als Grafik- und Webdesignerin. Ich habe zwei Homepages. Ich bin selbstständig seit über zehn Jahren mit C-Grafik und dort mache ich Webdesign und Grafik, also Logo, Visited Garden und so. Und Procreate, das ist ein Zeichnungsprogramm, das man auf dem iPad verwenden kann. Also erst die Farben. Ich habe die Farben hier für Europa genommen, also die Bedeutung hier, weil es ist ja natürlich in Indien oder anderswo nicht ganz die gleiche Bedeutung. Aber ich fange es mal an. Ich probiere sehr kurz über die Farben zu reden. Ich weiß nicht, ob es ein Thema ist. Rot ist, wenn man rot sieht, denkt man erst an Blut. Also wenn man früher denkt, hat man ja, die einzige Farbe, die rot war, war quasi Blut. Und deswegen ist es mit Gefahr und Aufregung. Und weil wenn man aufgeregt ist, dann wird man auch rot im Gesicht. Und das ist auch für Aufregung oder Leidenschaft. Rot ist sehr dominant. Es zieht die Aufmerksamkeit. Und deswegen muss man auch mit der Menge ein bisschen aufpassen. Ich fühle die nicht oft eine Homepage, eine ganz Hintergrund mit rot, sondern wirklich ein bisschen punktuell. Die Restaurants haben sehr gerne rot, weil es regt den Appetit an. Und ja, ich mache mal ganz kurz. Dann gehen wir zu blau. Ich finde, wenn man den Wechsel sieht, blau wird sofort ein bisschen beruhigend. Jetzt denkt man am Wasser. Es ist ein bisschen vertrauensvoll und ernst. Deswegen ist es gern von der Finanzbranche ausgewählt, weil es auch diese Image von Professionalität und Zuverlässigkeit gibt. Bei Gelb denkt man an Sonne. Es ist fröhlich. Es ist auch mit Hoffnung und Spontanität verbunden. Man kann auch mit Gold oder mit Gefreidefeldern verbinden. Es gibt diesen Eindruck von Lebhaftigkeit und Positivität. Violett war eine Farbe, die schwierig zu erstellen war damals. Und deswegen war es für die Adelige und die Reiche reserviert. Und deswegen ist es auch mit dieser Luxusidee verbunden. Heute immer noch. Aber auch mit Magie und Spiritualität. Orange gibt es sofort ein bisschen Energie. Es ist mit Kreativität und auch die Jungen verbunden. Es ist auch eine auffallende Farbe. Sie hat die Energie von Rot und die Verschwichtheit von Geld. Es ist gut für Veränderung. Und ich persönlich benutze es nicht gern so Orange, weil ich denke immer an Kopf und Migros hier in der Schweiz und an diese Aktion. Aber es gibt auch andere Orange, die nicht so damit verbunden sind. Bei Grün war es im 18. Jahrhundert mit Tod verbunden, weil der Gift 18 war Grün. Heutzutage ist es ganz anders. Es ist mit Natur, Wachstum, Umweltschutz und Nachhaltigkeit verbunden. Es ist eine Farbe, die in Mode gekommen ist. Ja, mit vielen verschiedenen Tönen. Und dann als Rosa denkt man sofort an Baby, an Süßigkeit, ein bisschen Romantik. Es ist verspielt und es hat diese Dominanz von Rot, aber nicht die Aggressivität. Es ist eine Farbe, die Spaß macht und nicht so ernst zu geben ist. Bei Braun denkt man an die Erde. Es gibt Stabilität, es ist ein Unterstützungsgefühl, auch Wärme und Ehrlichkeit. Es ist eine gute Farbe für robuste Marken oder Vintage Marken, Outdoor und in den Handwerkenkunst. Alles ist mit Relativität zu dem, das sind quasi die Ideen von diesen Farben, aber es hat natürlich verschiedene Töne. Also es hat Hellblau ist nicht gleich wie Dunkelblau etc. Deswegen würde ich da nicht so fix da reingehen, aber es ist gut zu kennen, es ist gut zu wissen, welche Farben mit welcher Idee verbunden sind. Die Tendenz in Vembe ist bunt geworden. Also bis vor ein paar Monaten, Jahren war es eher die Tendenz ein bis zwei Farben zu benutzen. Ziemlich dezent Designrichtung. Aktuell ist wirklich mehr bunt. Vielleicht habt ihr gemerkt in der Werbung, es hat ja gelbe Hintergrund mit Leuten, vielleicht auch mit vieler gelbes T-Shirt oder wirklich knalliger Hintergrund. Guckt mal in der Fernseher bei der Werbung. RTL hat also zwischendurch sehr viele Farben im Hintergrund. Auch wenn ich auf Eistop gehe, da sind immer diese knallige Farben. Also auch für Webdesign. Die Verläufe sind auch wieder in Runde. Anfang nicht diese Schlichte vom Früher, nicht so ein normales Linear, sondern ein bisschen verschwommen, ein bisschen Spezielleres. Und auch in diesem Beispiel sind die Formen nicht mehr so regelmäßig. Also die Balken von der Homepage sind langsamer abklingen, würde ich sagen. Diese typischen Balken, die ich auch viel gemacht habe, momentan ist mir ein bisschen unregelmäßig, auch von Form her. Es ist kein Kreis, sondern diese Arm-off-Form. Meine Inspiration für Farben hole ich von Pinterest. Erstaunlicherweise. Ich zeige es nachher in einem konkreten Beispiel mit John. Aber wo ich den Vortrag vorbereitet habe, bin ich auf diese Shuttle Stock Homepage. gelandet und da habe ich gedacht, die haben gute Vorschläge. Die haben jeweils ein Bild und rechts davon ein paar Farbenkombinationen, wo ich gedacht habe, naja, vielleicht zeige ich mal das. Das ist noch spannend, auch wenn ihr Bilder von euren Kunden habt. Vielleicht passt es zum Logo und so farblich und dann könnt ihr ein paar Farben aus den Bilder fixen. Ein anderes Tool, das ich auch sehr spannend finde, was Farben angeht, ist Kulor.co. Das mache ich schnell zu. Das ist so eine Farbpalette zu erstellen. Ich kann einfach mit der Leertaste ein paar Mal klicken, also so und dann macht er mir Vorschläge und ich kann dir sagen, hey, diese Farbe gefällt mir oder ich kann einen extra Decimal-Code hier eingeben. Und wenn ich eben die so verschlossen habe, hier habe ich den Schloss und wieder die Leertaste benutze, dann macht er mir andere Vorschläge und ich kann so eventuell eine Palette zusammen machen. Was ich noch sehr gerne hier mache, ist mit dieser Sonne oben, ich kann die Farbtöne unten ändern und wenn ich diese Standardfarbe oben lasse, komme ich auf andere Ideen, auf andere Farben unten und auch wenn ich die Saturation reduziere, kommt man auf Töne, die man sonst nicht unbedingt kommen würde. Ich kann auch die Helligkeit oder ein bisschen dunkler machen oder die Farbreparation noch anpassen. Das alles kann ich exportieren, sogar als ASE, also als Farbpalette, die ich dann in Photoshop oder andere Programme importieren kann. Ich kann auch ein PDF machen, ein Image, also ziemlich alles. Und was noch interessant ist, hier ist diese kleine Form, ich sehe sofort, wie meine Palette, die ich ausgesucht habe, ungefähr aussehen würde, wenn ich Design mache. Also, ganz spannend. Gut, dann gehe ich zurück und gehen wir zum zweiten Teil, das ist eben dieses konkrete Beispiel von John Dorber. John Dorber ist Präsentator für Englischsprachige. Er kommt aus England und wir sprechen zusammen ein kreatives Deutsch. Er spricht vom Englisch auf Deutsch und ich vom Französisch auf Deutsch. Ich verstehe mich trotzdem sehr gut. Er hat, leider hat er Wordpress gar nicht gerne, er hat schlechte Erfahrungen vor 20 Jahren damit gemacht und er wollte nicht von Wordpress hören. Und er hat sowieso schon einen Webdesigner gehabt, aber er ist zu mir gekommen, weil er eine Farbkombination haben wollte. Sein Webdesigner hat einen Vorschlag gemacht und die sind irgendwie nicht weitergekommen, es hat dem nicht so gefallen. Nachher habe ich dann ein Logo, Webdesign, Flyer, 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 also ganz viele Sachen mit ihm gemacht. Ja, und wenn ich eben einen Kunden habe, schaue ich, was ist vorhanden. Meistens ist ein Logo, eine Farbe, die Schrift und bei ihm ja diese Karikatur. Und dann frage ich aber noch, ist es fix oder hat man da Möglichkeiten, noch was zu ändern? Und bei ihm war es wirklich vor allem diese dunkelgrün, die fix, fix war. Und deswegen haben wir das Logo angepasst, also das war sein Logo Ernest und er hat auch diese Karikatur gehabt. Ich muss sagen, John malt, also zeichnet sehr gerne, kann auch Karikaturen machen und wenn er präsentiert, zeichnet er. Und deswegen passt es ganz gut, so etwas zu machen. Und dann habe ich aus diesen Karikaturen, die er von ihm noch machen lassen hat, quasi das Logo mit ein bisschen Schatten produziert. Und dann ging es eben um die Farben und da hatte dieser dunkelgrün, die er unbedingt haben wollte. Und sein Webdesign hat etwas mit gelb oder orange vorgeschlagen und das fand er gar nicht gut. Und dann bin ich auf den Schwestern, habe ich ein Farbpalett, dunkelgrün eingegeben und dann kommen es Vorschläge. Und es sind ja, es sind ja Wohneinrichtungen, aber das reicht, um zu merken, ist es dann meine Umwelt, also was habe ich denn gern? Und dann habe ich ihm das gezeigt und er hat sich für dieses entschieden, was ich auch am schönsten gefunden habe. Und was ich auch noch spannend finde bei dem ist, dass es nicht ein Weiß ist, sondern ein kleines Grau, Höfis. Und es ist diese kleine Feinheit, den Unterschied, also nehmt nicht schwarz, wenn ihr schwarz nehmt immer lieber ein Anthracite oder so. Also das macht viel weniger hart, wenn man sowas ein bisschen macht. Und dann haben wir eben für das Logo dieses hellgrün und dann noch ein bisschen Gold und dieses Hellgrau. Nun habe ich dann der Webdesigner das angegeben, diese Farbcode und leider, ja, es ist das geworden und ich war nicht so ganz happy und der John auch nicht. Und dann habe ich noch ein paar Input gemacht und dann haben wir das so ein bisschen korrigiert. Also das Gold war nicht ganz der Richtige. Dann haben wir eben statt schwarzer Schrift den helleren Schrift, dass man sofort ein bisschen freundlicher und vor allem das Abwechslung zwischen dieses hellgrau, dann gold, wieder hellgrau, dann grün und nicht gold, grün, gold, grün, wie er gemacht hat. Dieses weiß oder grau dazwischen, das gibt es wieder ein bisschen Freundlichkeit. Dann habe ich aus diesen drei Blöcken, also aus diesem einen Block drei Blöcken gemacht, so kann man ja auch viel besser lesen, kann man diagonal lesen. Das ist auch wichtig für mich, die Struktur von der Homepage. Hier kann man auch sehen, das ist wieder ein bisschen der Rest der Homepage oder man kann auch die Zeichnung von John ein bisschen optimieren, mit dem Hintergrund wegnehmen, ein bisschen Farbe reinbringen. Das sind Details, aber ich finde, das macht einen Unterschied. Letzter Teil ist das Layout. Wie wähle ich ein Layout aus? Also es ist schon mal nicht der Inhalt, also wenn ich eine Yoga Homepage mache, suche ich nicht unbedingt nach einem Yoga Layout. Ich mache es schon, aber nicht nur und ich schaue nicht unbedingt nach der Farbe, weil das kann man ziemlich schnell ändern. Für mich ist wirklich das Wichtigste, das sind kleine Elemente, das sind wirklich wieder Details. Ich habe ein paar Beispiele da mitgebracht. Das ist eine Homepage von einer Malerin und sie hat diese Bilder gemacht. Sie ist sehr viel mit Gold unterwegs und deswegen habe ich etwas Schlichtes haben wollen. Also beim Künstler ist es sehr häufig so, dass die wollen, dass ein Lehrer etwas weiß, etwas Diskretes, dass die Bilder zur Geltung kommen. Und ich bin, das sind alle Divi-Template übrigens, ich bin auf Divi gegangen, also auf die Layouts gegangen und habe ich das gefunden. Und eben das da hat mich gefallen und ich habe gedacht, das kann ich verwenden, aber dieses Flecken da, orange und schwarz hat mich nicht so gut gepasst. Deswegen habe ich es einfach weggelassen und so ist diese Homepage entstanden. Ein anderes Beispiel, das ist meine Homepage, Procuites.ch. Ja, ich habe es etwas ein bisschen verspielt haben wollen, weil es ja locker und es geht um Zeichnen, habe ich diese Layouts dann ausgesucht mit meiner Fluffi. Ich wollte eben etwas Lockeres und das kommt von dem Template. Das ist das Template, was ich verwendet habe und man erkennt wieder dieses Fahrrad, das ich übernommen habe, auch die Farben habe ich übernommen. Ich finde für einen selber ist es am schwierigsten, sein Design auszusuchen, deswegen habe ich da ziemlich viel übernommen. Aber ich wollte etwas Lockeres, etwas Easy Peasy und deswegen habe ich das so gemacht. Dann habe ich ein Beispiel für eine Zahnarztpraxis, ich finde bei der Zahnarztpraxis ist es sehr clean und ja, sauber, ein bisschen ordentlich. Und da habe ich ein Template ausgesucht, wo diese Striche zu sehen sind, das hat mir gefallen. Genau, das war eigentlich eine Yoga-Seite und da habe ich diese Rechtecke gefunden, also diese Striche, wo ich gut fand, aber das passt natürlich nicht zu einem Zahnarzt und deswegen habe ich dann angepasst. Dann habe ich für eben eine Yoga-Teile, also eben nicht die Yoga-Template genommen, das ist, bei dem hat es mir auf einem anderen Template dieses Rahmen gut gefallen und diese verschiedenen Elemente so. Und das habe ich aus diesem Template, das war auch ein Baby-Template, so diese Rahmen und dann wieder diese vier Elemente. Nächsten Beispiel, das ist jetzt nicht mehr ein Beispiel, wo ich ein Template zeige und was ich daraus gemacht habe, das ist jetzt für eine Übersetzungsfirma, die Chameleon Language heißt. Und sie hat natürlich ein Chameleon, das habe ich ausgesucht und dann habe ich mit CSS diese Farbveränderung gemacht und in den Chameleon drin, weil er durchsichtig ist, kommt die Farbe auch so, ändert sich die Farbe auch mit dem Template drin. Also es sind Details, aber der Kunde merkt, es ist meine Homepage, es ist mein Ding, da findet man nirgendwo anders und deswegen ist, ja im Prinzip sind die Kunden dann sehr happy. Und das ist ein anderes Beispiel für Frau Gutmann und Herr Eckenfels, ich war bei denen zuhause und wir haben so eine Katze gehabt und ich habe gemerkt, für denen liegt, also die Katze liegt denen sehr am Herzen und dann sind wir auf die Idee gekommen, eben einen Schatz für die Katze zu machen, weil es geht um Coaching und entfalten. Die Erwarnspotenzial hat damit diese Idee gut gepasst und ja, sie hat gefilmt, also sie hat ein bisschen gebraucht, bis die Katze genau so was macht, nur einfach guckt und hinweg guckt, aber ja, das hat sich gelohnt. Der Peter Eckenfels, der zeichnet auch an der Kartonschule, also wo ich auch Zeichen lernen habe. Und wir haben von iStock aber diese kleine Strichmenschen ausgesucht und dann habe ich den noch ein bisschen animiert. Also wieder ein bisschen das Persönliche. Für Novacor, Novacor ist eine Informatikfirma und sie hat im Logo dieses Berg und dieses Bild war auch vorgegeben. Dann habe ich ein bisschen diese ganze Idee übernommen mit dem Dreieck hier im Menü. Und wenn ich runter scrolle, habe ich nur einen Effekt bei den Wolken, die ein bisschen Parallax machen. Und dann habe ich nur diese Divider, die auch ein bisschen diese Berge widerspiegeln. So, das ist eben was ich meine. Wirklich gucken, was ist vorhanden und was kann ich damit machen. Ein bisschen Ideen kreieren und ja, Freude vorbehalten. Der dritte Teil ist, also das war der dritte Teil des Layout, aber Divi gehört auch dazu. Und ich bin ein großer Fan, alle die Seiten, die ihr gesehen habt, sind für Divi gemacht. Und man kann mittlerweile sehr viel machen mit dieser globale Einstellung von Farben, von Schriften. Man hat Preset, man hat Header, Footer und auch bei dem Blog-Control hat man wirklich die Möglichkeit, alles einzustellen, wie man gerne hätte. Ich zeige es mal kurz. Ich habe hier wirklich in Page Builder die Möglichkeit, auf globale Farben zu gehen. Und dann kann ich sagen, das ist eine Farbe, die ich immer verwenden werde. Und ich ordne das zu, also für die Schrift, für die Balken, für diese Blurb. Und wenn ich die Farbe, die ich als global definiert habe, ändere, dann ändert sich alles auf einmal über die ganze Homepage. Also nicht nur auf diese eine Seite, sondern wirklich durchgehend. Dann habe ich auch diese Möglichkeit mit dem Heading von H1 bis H6, kann ich alles einstellen, wie ich gerne hätte. Von Größe, Farbe, ob es fällt, Italic und so. Also wirklich alles, was man bei Schriftarten einstellen kann, kann ich pro H123456 einstellen. Und auch da kann ich als Default definieren, hier oben. Und dann, wenn ich eine neue H1 mache, hat er das auch. Und wenn ich es ändere, dann ändert er überall. Außer ich habe es gesagt, plötzlich der H2 von dieser Seite ist orange und dann definiere ich die Farbe von der Default-Farbe anders. Dann bleibt es trotzdem orange. Also was ich ändere, wird es nicht überschrieben. Aber wenn ich als Standard lasse, dann übernimmt er alles. Dann habe ich Presets, die ich auch kreieren kann. Also sei es Schaltfläche, Blurb oder Sektion. Und ich sage es, wie viel Margin, Padding ich gerne hätte. Ich kann das alles definieren und habe hier oben ein kleines Menü. Und dann kann ich das zuordnen. Und wenn ich auch wiederum, wenn ich eine ändere von meinen definierten Einstellungen, dann ändert er überall. Über die ganze Umgebung durch. Da hat man gesehen, es ist eine gelbe Schaltfläche mit runder Ecke gewesen. Und das ist eine violetten, spitzige Ecke geworden. Dann habe ich auch noch eine Bibliothek, wo ich mal Sachen exportieren kann in der Bibliothek. Oder ich kann es wieder importieren, wenn ich Sachen habe, die immer wieder vorkommen. Oder irgendein Layout, den ich immer wieder anwenden möchte. Und ich kann sogar auch noch global definieren, wenn ich etwas haben möchte, die auch in einer Stelle geändert werden muss und überall angewendet werden muss. Das habe ich richtig gesagt. Also wenn ich zum Beispiel ein Formular hätte, die über mehrere Seiten kommt, könnte ich da in der Bibliothek sagen, dass es mein Formular ist global. Und dann bin ich da, was andere Hände wäre auf andere Seite. Das Formular auch. Header und Futter kann ich auch so einstellen, wie ich gerne hätte. Anzahl Spalten, die Margin Padding, was ich drin haben möchte. Und das sind eben diese Themenbilder, wo ich hier und hier einstelle. Und dann produziere ich in den Themenbilder diese Sachen. Und dann kann ich sagen, zu welcher Seite ich diese Header und Futter zuarmen möchte. Also hier habe ich zum Beispiel die 404 Seite, die ich auch selber erstellen kann in den Themenbilder. Und ich kann ja sagen, es hat kein Header und Futter für diese Seite. Und das letzte ist bei dem Blog oder Hoop-Commerce. Das ist auch, finde ich, mega stark geworden. Ich kann fragen, welche Spalte, was gehört wohin. Und ich habe jedes einzelne Element, wie den Warenkorb oder den Preis oder so, kann ich wirklich nehmen und sagen, das soll da und dort sein. Und dann kann ich eigentlich sogar in Württemberg die Sachen einstellen bei Produktbeschreibung oder Kurzbeschreibung, das Bild und so. Und das wird dann so angezeigt, weil ich das eben wieder vordefiniert habe. Und genau das funktioniert auch für den Blog. Also ich finde, die gibt es ja die Freiheit und auch die Konsistenz, weil so ist es wirklich über die ganze Homepage immer gleich schön. Also Corporate Identity. So und zum Schluss mein kleiner Max, den ich gezeichnet habe. Wenn ihr Fragen habt, wollt ihr gerne. Und sonst ist mein QR-Code, das ist meine Kontaktdaten. Und dann hättet ihr mich quasi in eurem iPhone als neuer Kontakt zu verbrennen. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.